Was geht auf, Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid. Heute gibt es mal wahrscheinlich ein eher kürzeres Video, denn ich möchte mit euch einfach mal ehrlich über gewisse Themen sprechen. Themen, wo ich immer wieder darauf aufmerksam gemacht werde oder vielleicht ist es höchstwahrscheinlich auch schon der einen oder anderen Person aufgefallen. Und zwar geht es um die Darknet-Videos. Ja, es sind einige Wochen schon vergangen, wo kein einziges Darknet-Video mehr online gegangen ist. Ich glaube inzwischen sind locker schon sechs, sieben Wochen vergangen, ohne eine weitere Episode von Wir gehen gemeinsam ins Darknet. Ja, weil ihr wisst ja, das ist ein Format, was ich hier auf meinem Kanal schon sehr, sehr lange führe. Schon, keine Ahnung, über zwei Jahre. Und sehr viele Leute haben sich natürlich gefragt und natürlich auch mich gefragt oder auch in den Kommentaren. Hey, was ist hier los? Macht er diese Videos gar nicht mehr, wo er mit der Community ins Darknet geht? Oder ist irgendetwas passiert? Hat er irgendwas angekündigt? Gab es da schon mal irgendwie eine Info dazu, warum da gerade keine Videos mehr zu dem Thema kommen? Und ihr habt es ja mitbekommen, ich habe in den letzten Wochen einfach auch mal so ein paar Talk-Videos gemacht, wo wir über das Thema Darknet gesprochen haben, wo wir über die schlimmsten Dinge, die Leute im Darknet gefunden haben und so weiter. Und das hat mir persönlich übel Bock gemacht. Es hat mega Spaß gemacht. Ich hatte einfach Lust, mal bei dem Thema zu bleiben, aber nicht selber ins Darknet zu gehen, sondern einfach mal Nutzererfahrungen und so weiter. Ihr habt ja die Videos gesehen, wenn nicht, könnt ihr hier oben einfach mal draufklicken. Habe ich ja trotzdem mittwochs immer wieder Videos zum Thema Darknet hochgeladen. Warum bin ich aber in den letzten Wochen selber nicht mehr ins Darknet, um mit euch rauszufinden, was man da so findet und Webseiten anzuschauen und so weiter. Punkt 1 war, ich war ja auf einer relativ großen Reise, das wissen ja die meisten von euch. Ich war ja in Neuseeland, Australien, Singapur und so weiter. Und ich habe Videos vorproduziert, natürlich. Ich habe ganz, ganz viele Videos vorproduziert für diese zweieinhalb Monate, wo ich nicht in Deutschland war. Und dann sind mir halt irgendwann die Darknet-Videos ausgegangen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, es ist gerade total angenehm, einfach mal nicht selber ins Darknet zu gehen, um dort Videos zu drehen. Wie wäre es, wenn du einfach mal über das Thema Darknet sprichst? Weil es ist auch super interessant, da gibt es so viele gruselige Sachen, die passiert sind und auch schreckliche Dinge. Warum nicht einfach mal über solche Themen sprechen? Und statt jede Woche immer das Gleiche zu machen und ins Darknet zu gehen und nach Webseiten schauen, warum nicht einfach mal wirklich allgemein über dieses Thema sprechen? Und genau das habe ich gemacht und es kam auch sehr, sehr gut bei euch an, weswegen ich mich sehr gefreut habe. Und ich werde definitiv auch weiterhin solche Videos machen, macht euch da keine Sorgen. Da werden definitiv noch mehr solche Videos in diese Richtung kommen. Ein weiterer Punkt, weswegen aktuell keine Videos von wir gegen gemeinsam ins Darknet online gekommen sind, waren auch einfach, weil es mir persönlich, muss ich auch ehrlich sagen, und ich bin da sehr authentisch, ihr wisst das, zu anstrengend war. Es war mir einfach psychisch zu anstrengend, die ganze Zeit im Darknet zu chillen, nach irgendwelchen interessanten Webseiten zu suchen, die man dann gemeinsam in einem Video anschauen kann. Allgemein, mir war das einfach, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir machen das jetzt schon so lange, wir machen das jetzt schon seit, ja wie gesagt, zwei, drei Jahren. Ich hatte einfach das Gefühl, dass es mir nicht so gut tut, diesen Content einmal die Woche zu machen. Das heißt, Videos dafür zu produzieren, vorzuproduzieren. Ich habe tatsächlich noch ein paar vorproduzierte Episoden von Wir gegen gemeinsam ins Darknet, die ich auf dem Server gefunden habe. Die werde ich jetzt heute noch exportieren, dann kommen die auch die nächsten Tage online. Mir war das irgendwie einfach too much. Ich habe da einfach eine Auszeit gebraucht, versteht ihr? So, es ist halt, ihr müsst halt bedenken, ich mache ja diesen Content, oder ich lade ja dreimal die Woche ein Video hoch, sagen wir es so, ja. Ich lade dreimal die Woche ein Video hoch, da steckt extrem viel Arbeit dahinter, ja. Das heißt, ich bin eigentlich mindestens jeden zweiten Tag am Videos drehen. Und wenn du dann halt immer wieder diesen Darknet-Content, diesen düsteren Content da drehst, und du gehst ins Darknet, suchst dir Webseiten raus, manchmal sitze ich hier Stunden und finde einfach nichts Interessantes, worüber man ein Video machen könnte. Und das ist ultra frustrierend. Weswegen ich mir einfach gesagt habe, weißt du was, gönn dir doch einfach mal eine Pause, mach mal ein bisschen ruhig, mach mal ein paar andere Videos. Man kann ja immer noch bei dem Thema bleiben, so wie ich es ja auch gemacht habe. Bloß nicht mehr selber reingegangen bin, um dann Webseiten zu suchen. Ich wollte mir einfach selber so eine kleine Auszeit gönnen. Und ich wusste ja selber, diese Videos werden wieder kommen, und mir macht das ja auch übel Spaß. Ich war nur so ein bisschen ausgelaugt, versteht ihr? Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, hey, mach ein bisschen Piano, mach erst mal keine Videos mehr, wo du ins Darknet gehst. Weil es mir persönlich einfach, wie gesagt, mir hat es nicht so gut getan. Habe ich einfach selber gemerkt. Und auch diese Frustration, wenn du dann wirklich stundenlang nach Webseiten suchst, und dir einfach denkst, das ist eigentlich Quatsch, so brauchst du kein Video machen. Natürlich hätte man aus Trotz ein Video machen können. Und ich finde, man hat das auch teilweise bei der einen oder anderen Episode auf meinem Kanal auch manchmal gemerkt, dass manche Episoden echt öde waren oder immer mal wieder dasselbe waren, bloß andere Webseiten. Und genau sowas möchte ich halt einfach nicht haben. Ich möchte nicht aus Trotz ein Video hochladen, nur damit am Mittwoch eine Episode von Wir gegen Gemeinsam das Darknet online kommt. Und das finde ich dann auch, versteht ihr, wie ich meine? Und ich finde das irgendwie falsch, dann irgendwie aus Trotz irgendwelche Webseiten zu nehmen, die wahrscheinlich nicht wirklich interessant sind, ewig darüber zu sprechen, um irgendwie ein gescheites Video zu bekommen. Und da habe ich mich einfach selber dabei erwischt. Wie gesagt, es gibt bestimmt drei, vier Videos auf dem Kanal, vielleicht auch fünf Videos, wo ich einfach sehr, sehr lange nach Webseiten gesucht habe, stundenlang nicht wirklich was gefunden habe und dann einfach so das nächstbeste genommen habe, was ich aus dieser ganzen Suche rausgefiltert habe und dann trotzdem ein Video gemacht habe, damit ich mir halt nicht gesagt habe, jo, jetzt hast du deine Zeit verschwendet und hast am Schluss gar nichts gemacht, sondern dann habe ich halt das genommen, was okay war und dann habe quasi daraus ein Video gedreht. Und ich finde, das hat man auch gemerkt, dass manche von denen dann auch einfach nicht mehr so gut waren, weil ich selber ausgelaugt war, weil ich stundenlang gesucht habe, mich dann noch vor die Kamera gesetzt habe, versucht habe, euch irgendwie zu unterhalten und euch Sachen zu zeigen und im Endeffekt war ich einfach fix und alle. Und genau das möchte ich halt vermeiden und möchte halt, dass sowas auf gar keinen Fall mehr passiert, weil es einfach meiner Meinung nach falsch ist und es sollte, in jedem Video sollte dasselbe Herzblut stecken, wie es schon immer war für mich, wie ich es schon immer geliebt habe. Ja, ich liebe es, Videos für euch zu drehen, zu reden, euch coole Sachen zu zeigen, coole Sachen zu erzählen. Allgemein diese ganze Horror-Nische, ja. Diese ganzen Themen finde ich super interessant und deswegen gibt es ja auch diesen Kanal. Und da habe ich mir einfach gesagt, gönn dir mal ein paar Wochen Ruhe, ja. Schalt mal ein bisschen ab, mach deine ganz normalen Videos, dreimal die Woche, wie immer. Geh bloß selber nicht mehr ins Darknet, sondern mach einfach mal Videos rund um das Thema Darknet. Mal gucken, wie es bei der Community ankommt. Es kam sehr gut bei euch an, wie ich schon gerade gesagt habe, und deswegen wird es auch weiterhin solche Videos geben. Und jetzt, ich spüre schon die ein oder andere Panik bei dem einen oder anderen Zuschauer, bei der einen oder anderen Zuschauerin jetzt hier. Keine Sorge, es wird wieder Wir gehen gemeinsam ins Darknet-Episoden geben. Ich werde tatsächlich heute welche drehen. Ich habe mir schon einige Webseiten rausgesucht. Jetzt ist auch einige Zeit verstrichen, also ihr müsst bedenken, die letzten Episoden, die ich gedreht habe von Wir gehen gemeinsam ins Darknet, waren vor meiner Reise. Das heißt, das war im März. Im März wurden die letzten Episoden gedreht. Das heißt, seit März war ich nicht mehr im Darknet und habe auch keine Webseiten mehr gecheckt. Und auch war auf keiner Linkliste mehr. Das heißt, es muss inzwischen, jetzt sind ja Monate verstrichen, so viele neue Webseiten geben. Das heißt, so viel neuer Content. Und ich bin mega hyped. Ich habe unglaublich Bock, wieder die Serie weiterzuführen, nach dieser langen Pause. Aber ich habe die Pause einfach gebraucht. Und da wollte ich einfach ehrlich zu euch sein, um euch das einfach mal zu erklären und darüber zu sprechen. Weil ich finde, dieser Kanal besteht ja nicht nur wegen mir, sondern auch wegen euch. Und da finde ich es einfach richtig, darüber zu sprechen. Weil, hey, warum nicht? Man muss da einfach ehrlich sein. Und wenn ich euch einfach ehrlich sage, hey, das war einfach eine Zeit, wo ich einfach ausgelaugt war von dem Thema, weil ich auch nichts wirklich gefunden habe und dann auf Krampf versucht habe, Videos zusammenzufügen mit verschiedenen Webseiten und da mal ein Video gefunden und dann irgendwie versucht, auf Krampf da irgendwie ein Video zu erstellen. Und das ist einfach nicht richtig, wie ich schon gesagt habe. Deswegen, ich habe diese Pause gebraucht. Ich bin fresh mit neuer Energie und habe mega Bock, die dritte Staffel von Wir gegen Gemeinsames und Darknet einzuleiten. Ich nenne es jetzt einfach mal die dritte Staffel. Die letzten Episoden, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren einfach Staffel 1 und 2. Jetzt kommt Staffel 3. Nächsten Mittwoch geht es wieder los, Freunde, mit einer neuen Episode von Wir gegen Gemeinsames und Darknet. Heute werden tatsächlich zwei Videos schon gedreht. Ich habe sehr, sehr coole Sachen und auch sehr verstörende Sachen gefunden, aber auch sehr interessante Dinge. Und ja, das soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte einfach mal darüber sprechen und euch einfach ehrlich und authentisch sagen, was los war, warum es jetzt seit Wochen keine Darknet-Videos mehr gab. Das war der Grund. Am nächsten Woche Mittwoch, 17.30 Uhr, kommt die erste Episode von der dritten Staffel von Wir gegen Gemeinsames und Darknet. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ich kann euch so die Angst und die Sorge nehmen, weil es gab viele Leute, die gesagt haben, ich habe Dennis jetzt deabonniert, weil der lädt keine Videos mehr hoch, wo er ins Darknet geht. Und er hat aufgehört mit den Videos. Nein, gönnt dem Jungen einfach mal eine Pause. So, ihr müsst überlegen, ich mache das seit fast drei Jahren. Und dann einfach mal eine Pause von diesen Videos. Tut einfach gut, um einfach neue Energie zu sammeln und dann wieder loslegen zu können mit vollem Elan und absoluter Motivation. Ich habe mega Bock. Ich freue mich riesig, die neuen Videos jetzt zu drehen. Das wird geil. Noch ganz wichtig, es werden immer mal wieder ältere Videos noch online gehen von Wir gegen Gemeinsames und Darknet. Weil, wie gerade schon gesagt, habe ich noch Videos vorproduziert, die auf dem Server sind. Die lade ich runter und die werden im Laufe der Zeit auch immer mal wieder online kommen. Also, falls ihr irgendwie im Hintergrund, der Hintergrund irgendwie anders aussieht oder da noch der Hocker ist, hier, der Sessel mit der Puppe drauf, ihr wisst Bescheid. Das sind vorproduzierte Videos, die teilweise, vielleicht sogar schon vor einem halben Jahr oder so vorproduziert wurden oder noch länger. Guck mal, wann war die Puppe das letzte Mal hier? Das war im November, November, Dezember. Also, ich meine, da gibt es noch ein, zwei Videos, die im letzten Jahr gedreht wurden, Ende letzten Jahres, die noch online gehen werden. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst, ich tue sehr oft Videos vorproduzieren, die dann erst ein paar Wochen, Monate später online kommen, für Notfälle. Ja, wenn ich mal krank werde, wenn ich ausfalle, wenn ich in Urlaub gehe oder mal irgendwas passiert, dass ich immer Content habe, dass für euch einfach kein Tag ausfällt. Dass ihr immer eure drei Videos die Tage habt, äh, die drei Videos in der Woche bekommt, ja, das ist mir einfach ganz wichtig. Deswegen wird Content vorproduziert, genauso wie die Videos, die heute vorproduziert werden, die werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann halt im Laufe der Zeit online kommen. So, das war's mit dem Video. Jetzt habe ich doch ein bisschen länger geredet, äh, irgendwie so 13, 14 Minuten. Ja, ihr kennt mich, ich rede viel. Ich wollte euch einfach mal ehrlich erzählen, was los war. Ich war einfach ausgelaugt, hab eine Pause gebraucht, bin jetzt aber wieder voll in Energie und hab mega Bock, wieder weitere Episoden von Wir Ging Gemeinsam ins Darknet zu drehen. Jetzt wisst ihr Bescheid und ich denke, damit konnte ich dieses riesen Mysterium auflösen, warum lädt denn es keine Videos mehr hoch, wo er ins Darknet geht. Es geht aber nächste Woche wieder weiter. Es kann natürlich sein, dass mal an einem Mittwoch kein Video kommt, wo wir ins Darknet gehen und dann vielleicht irgendwelche anderen Videos zu dem Thema kommen. Aber das kam mir auch sehr gut bei euch an, mir persönlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht, deswegen lasst mich einfach so ein bisschen hin und her mixen und dann haben wir eigentlich so von allem was auf diesem Kanal. Also, in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich danke euch für den Support, vielen, vielen Dank für euer Verständnis, ich liebe euch über alles und ich finde solche Read-Talk-Videos teilweise einfach wichtig. So, jetzt wisst ihr Bescheid, macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag und, oder auch Abend, wann auch immer ihr das Video anschaut. Macht's gut. Ich liebe euch. Aber das, denke, das wisst ihr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.